So, liebe Aura-Freunde, Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Wir sind im elften Part, jedenfalls müssten wir das sein. Wir haben einen echt heftigen Kampf hinter uns, deswegen sind wir ein bisschen ausgebeutet mit der Munition. Und wir sind gesund. Und wir wurden von einem Typen angegriffen, der das kleine Mädchen entführt hat. Hä? Ach nee, stimmt schon. Ich war gerade verwirrt mit unserem Fortschritt, aber ich glaube, ich bin schon richtig, oder? Ich habe doch nicht den falschen Speicherpunkt geladen. Nein, nein, ist schon richtig. Hier sind wir zurückgegangen. Okay. Wir müssen hier nach hinten durch noch. Also versuchen das jetzt zumindest. Ich höre einen Licker. Und ich weiß nicht, wo er ist. Wenn wir Glück haben, da hinten. Oh mein Gott. Wir können hier nicht rein. Hier stehen alle Zombies inzwischen. Und ich weiß nicht, wo er ist. Nicht aufstehen, oder? Jetzt ist hier zu. Wir kriegen einen Vogel. Haben wir für die Tür gar nichts, oder wie? Nee, okay, verstehe. Hier geht auch nichts. Oh mein Gott. Mich reißt es jedes Mal so, wenn das passiert. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich war so konzentriert gerade. Ich wusste nicht, wo der ist. Gibt es hier irgendwas? Wisst ihr, was ich hier nicht verstehe? Woher ich diesen Schlüssel habe? Habe ich den gestern geholt? Ja, oder? Oh, wie unnötig ich jetzt gerade Schaden erlitten habe. Okay, wir haben hier diesen Schulterschaft. Und nochmal Kraut. Ja, das können die jetzt echt brauchen. Aber blaues Kraut ist ja nur Gegengift, ne? Ja, genau. Okay. Wir haben den nächsten Schlüssel. Hä? Hier geht sogar der Lift auf. Wieso geht das auf? Ich verstehe es nicht, Leute. Aber okay, wir fahren nach unten. Wenn der Lift jetzt aufgeht, geht er auf. Was tun wir denn hier wieder? Okay. E-Mails an Chief Irons. Polizeistaff Irons, für ihre unterschiedliche Unterstützung habe ich Ihnen einen kleinen Betrag überwiesen. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass Sie Ihre Untergebenen weiterhin überwachen. Insbesondere die Überlebenden der Villa. Beseitigen Sie sie, falls nötig. WB. Ich habe Ärger mit dem Umbrella-Hauptquartier. Die Anzugträger wollen die Früchte meiner Forschungsarbeit einheimsen. Aber keine Sorge, der Sturm wird schon bald vorbei sein. Machen Sie nur weiter, was ich Ihnen sage. Dann wird schon alles glatt gehen. Wachpersonal verstärken. Auf alle Verdächtigen schießen, egal ob sie getötet werden. Selbst wenn sie Umbrella-Mitarbeiter sind. Ich stehe kurz vor der Vollendung von G. Ja, ich habe ihn getötet. Okay, der wollte mehr Wachpersonal. Scheinbar zurecht. Hier ist auch wieder eine Inventarkiste. Jetzt wird es ja völlig wild. Okay. Dann machen wir jetzt mal hier Kombination mit dem Granatwerfer erst. Und dann kombinieren wir noch schnell die Zweihalbpflanzen. Und benutzen die gleich mal, dass wir wieder gesund sind. Alles klar. Und speichern einmal. Also ich verstehe nicht, woher ich den Schlüssel habe. Und ich verstehe nicht, warum der Aufzug aufgeht. Ich glaube, damit sind alle fein, oder? Ich habe nicht weitergespielt oder solche Scherze. Gar nichts. Versprochen. Hätte ich die Zeit nämlich gestern Abend gar nicht mehr gehabt. Also ich weiß nicht, woher ich die Sachen habe. Also den Schlüssel hatte ich, ich glaube, dass ich nicht, dass ich den hatte. Oh mein Gott. Ja toll. Wie ja, du greifst mich an. Mein Gott. Hier sind überall solche Viecher. Brief des Reparaturservice. Ihre Beschreibung des elektrischen Türschlosses im Polizeichefbüro muss nachwahrscheinlich etwas ausgetauscht werden. Sie brauchen Schaltschrankteile, um das Problem zu beheben. Stockwerk 3F gelassen. Super Ding. Relief. Können wir was machen? Nein, ich will es untersuchen. Ah ja. Da ist ein Schlüssel drin. Der Herzschlüssel nämlich. Okay. Was ist hier los? Geht nicht. Was ist hier los? Ist das der Schaltschrank? Wo die Schaltschrankteile fehlen? Ja, gell? Ja. Gott sei Dank. Die Schlüsselkarte. Okay, da ist die Schlüsselkarte drin. Aber wir müssen ja erstmal... ... in den dritten Floor zurück. Oder? Ah ja, den Herzschlüssel haben wir ja jetzt. Den kann ich ja jetzt benutzen. Ja. Ich schieße jetzt immer auf die Teile. Erst runter oder erst hoch? Was soll man machen? Ich höre da unten was. Wir gucken einmal und laufen dann weg. Okay, ein Zombie. Okay. Mein Gott, wir sind ja wieder hier, oder? Fenster erfolgreich verrammelt. Ne, hier waren wir noch nicht. Herzschlüssel nehmen wir her. Ich habe gerade ein bisschen Puls, sage ich ehrlich. Hä? Du bist doch ein Herz. Munition. Nehmen wir mit. Sonst ist hier nichts. Ich wusste, dass das schief geht mit diesem Spiegelraum. Ist der rausgekommen? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Doch, doch, der ist rausgekommen. Okay, wir gehen mal erst nach oben, okay? Diesem Problem widmen wir uns später. Hier sieht es freundlicher aus. Wir haben was gefunden? Eine Blendgranate, okay? Und wieder jede Menge Türen. Immer mehr Muni jetzt. Nicht gut. Gar kein gutes Zeichen. Wir gehen mal hier durch erst. Das ist kein freundlicher Raum. Ja, die Dächer, ne? Oh mein Gott, Leute. Wir haben auf jeden Fall ein neues Holzbrett. Das nehmen wir mit. Tja, wir haben hier unten ein Problem. Und ich weiß nicht, wie wir das lösen sollen. Ich meine, wir können, ja klar, wir können jetzt da runtergehen. Und richtig Beef machen. Ich meine, ich kann ihm jetzt schon die Schnauze wegschießen. Aber ihr wisst genau, wie das endet. Wir haben dann wieder gar nichts mehr. Der Licker ist da noch drin. Tja, jetzt muss ich mal ganz kurz in mich gehen. Ich habe schon wieder Voice-Track des Todes. Ich weiß nicht, ob ich da noch mal rein muss. Ich lasse es jetzt einfach mal sein. Weil es einfach nicht sein muss. Wenn es nicht sein muss. Also, ich drücke mich gerade ein bisschen davor. Ihr merkt das. Weil ich mir gerne die Munition sparen würde. Jetzt nach dem Kampf mit G war es echt heftig viel Verlust an Munition. Und nun? Ich kann hier aufsperren. Mach das mal. Schon mal, damit ich, falls ich schnell weg muss. Hier hinten ist ein Zombie. Hier haben wir Brandgranaten. Die nehmen wir mit. Da ist einer. Der steht mir hier zu nah am blauen Kraut dran. Und da ist noch was Wichtiges, glaube ich. Ich kann es aber nicht aufnehmen. Großes Zahnrad. Okay, nehmen wir mit. Und dann verschwinden wir hier mal durch den Ausgang. Jesus. Ein Messer. Wir haben noch kein Slot. Frei. Was bist du? Verpacktes Elektronikteil. Ja, Leute. Wie viel wollt ihr uns noch jetzt ins Inventar schmeißen? Wir müssen auf jeden Fall kurz zum Inventar. Hier oben ist wieder ein Wichser. Auf die schieße ich jetzt aber nicht. Weil man mich wirklich sonst im ganzen Haus hört. Okay, alles klar. Dann schauen wir noch kurz hier rein. Hier geht es nach unten. Ich habe eh keinen Platz mehr, ich Idiot. Aber wenigstens kein Licker. Da geht es nach unten. Nein, 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 nein. Du bleibst da oben. Du bleibst da oben. Diese Leiter wird sowas von zusammenbrechen, wenn du da unten bist. Okay, alles klar. Wir verschwinden erstmal zurück. Zur Inventarkiste. Wie geht es uns eigentlich? Wir sind gesund. Okay. Dann haben wir das Zahnrad da rein. Das Schießpulver rein. Die Blendgranate sowieso. Was ist denn das hier? MP-Money haben wir eh noch nicht. Ja, die JMB lasse ich jetzt auch mal hier kurz noch. Okay. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns direkt in der nächsten Folge wieder, liebe Freunde. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.